Hallo liebe Weltbildkunden, ich freue mich, dass am 12.10. mein neues Album Die Liebe Sieg sowieso rauskommt. Für die Weltbildkunden haben wir eine exklusive Edition und was besonders daran ist, ist, dass ich einen Sticker drin habe für euch und das ist vor allem mein Lieblingsbild, weil ich da in dem Moment so lachen musste. Und ich hoffe, dieses Album macht euch stark und gibt euch die Gewissheit, dass es sich immer lohnt zu lachen. Keep that smile. Egal wie dunkel und schwierig das Leben sein kann, die Liebe lohnt sich und die Liebe, die Sieg sowieso. Bis dann, eure Meite.